Jeden gegen jeder, heute im Euda-Special mit diesen Sankings. Ja, ein bisschen Sankings. Komm, stell dich vor. Onkodix aus Esche. Boi. Laudings LP aus Leipzig. Laudings Scheiße. Fenton Wann aus... Und Cupcake Katze aus... Und Matt Baron aus... Euda City. Nein, Matt Asche aus... Ne, Matt Hamburg aus Baron. Ja gut, dann wollen wir mal starten, hier. Gib ne neue Map und wir spielen jetzt Last Man Standing. Ich hoffe mal, dass die Spawns richtig platziert sind, weil nicht... Dann haben wir ein Problem. Ja, da gibt's doch ordentlich geklatscht, aber... Oh ne, oh ne. Laudings... Das ist nicht fair. Ich kriege dich. Ne. 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 Zu wenig, Mel, zu wenig. Ja. Da geht noch mal in der Gäste. Laudings, du bist feige. Ich kriege dich. Niemals. Ja, die Arena sollte man kennen. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der hier alleine rumläuft? Wo seid ihr alle? Weiß ich nicht. Oh Gott. Boah, das war feige. Ah! Nein! Ent, Mann! Oh, der knüppelt sich jetzt von hinten kaputt. Was soll aufmachen, man macht's falsch. Ja, jetzt kommt die schon wieder, Moin. Jetzt war noch auf dem Weg nach draußen, es tut mir leid. Hilfe! Das ist eigentlich feige, was ihr hier macht. Das ist ja eigentlich feige. Warum lutzst du mich durch die Kakteen? Ich glaube, der Ranger hat hier ganz schön versagt. Du kackt. Ja, wir wollten eigentlich 2 gegen 2 spielen, aber Rush hat keinen Bock. 3 gegen 3. Ja, 3 gegen 3. Das wäre eigentlich sche... LAU DINGS! HAAA! HAAA! HAA! Wie geht's denn? Irgendwie liegt das bei mir, mega. Ja, bei mir aber auch. Nicht beschweren, spielen! Ja, fix EU-W, ne? Ah, oh, Mann! Du musst immer Augen auf Loading, das ist gefährlich. Oh! Nein! Nein! Was ist hier denn los? Skyli, du Arsch! Du bist ein Mongo! Hä? Bist du in keinen Falle gelaufen, oder was? Ja! Ja! Da will man einmal feige sein, und was ist? Gleich bestraft! Aha! Nein! Laudings ist der Super Swordman hier. Das ist meine Leroy-Fuhrung. Oh Gott, da ist der Ant-Man, der versucht's. HAA! Jetzt hör auf so zu lachen! HAA! Das gar nicht lustig! HAA! Ant-Man! Das ist feige! Die plätschen da weg! HAA! HAA! Das lag so, oh, shit! HAA! HAA! Mr. Freeman! Warum läuft eigentlich gerade Rudolf, das Redentier bei mir? Weiß nicht. Hm. Ich hab Angst, dass Scully ja noch mehr Fallen in sein Haus gebaut hat. Rallilu, nur der meinte Mondschweb? Was ist denn hier los? Ja, versuch es doch! Nein, was... Ja, weg! Weg! Kleiner, wie die belabstauber hier... Göttel, Loading! Nein! Oh, Alter! Rache! Todt! Oh, Scheiße! Todt! Todt! Ach, nicht du schon wieder! Der Entenmann ist gleich tot. Nee, wie der Ranger. Nee, das ist hier echt scheiße. Hier ist blöd, was? Es sei denn, man macht wieder Herr Baron da oben. Was? Sind wir jetzt schon wieder beim Sieger, Mann? Meine Güte. Los, rein dein Dünsel. Tun! Tun! Katze, lass das! Jetzt hab ich mal hier... Ich ess seine Katze! Ahu? Mich platziert. Du kriegst nichts von meinem Cupcake. Du hast Spritze freigelassen. Aber zu Recht. Nein. Laudings! Lass den Scheißen! Ja, springen gegen den Kaktus! Besse! So ein Kack? Laudings! Au, nix zu schweinen! Au, ab! Ich hau dir mit der Faust aufs Auge! Okay. Aber... Nein! Du Penner! Ich bin wieder da, komm! Geht weiter, geht weiter! Ich bin wieder da! Wo bist du? Hier, nicht aufgeben, Laudings! Ach, guck mal, wie er da abhaut! Ich bin von zwei Seiten hier! Ist ja... Ist ja gerade einer langgelaufen. Hier gibt es hier ein schönes Programm. Gibt von allen Seiten. Ach so, da in... Da ist er! Glau... Taa! Wo bin ich denn jetzt? Ach, da ist er! Nein! 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 Der Etna hat sich hier richtig scheißen platziert. Ich find's geil. Die müssen wir jetzt wegschießen, da. Warte mal, den Entenmann krieg ich. Hattest du sie mega im Lenken? Die trifft man gar nicht. Die macht eben einen auf Moony Bear, dir. Super Katzen-Skills sind das. Das ist... Feigil. Klick, klick, klick! Ah! Du bist ja immer noch nicht tot. Das war sein, Laudings. Ich bring... 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 Ich bring den Entenmann weg. So, jetzt auf Laudings. Hier steckt man... Hast du Husten? Hab... Würfelhusten? Hattest du vorhin? Hattest du? Ich find das gar nicht so witzig. Hast du ein Glas Salzwasser getrunken? Ja. Nein. Mach mal. Stimmt, kein Wissen. Mach mal, davon geht das weg. Laudings kommt von hinten. Nein! Anne! Du bist auch so ein bisschen passiv, ne? Ja, das ist passiv, ich bin hier auch gezentriert. Entschuldigung, ich hab den Entenmann geschnitzt und hab die Kaste gar nicht... Toooon! Toooon! Ich hab mich gar nicht mehr, was ist da los? Ich hab jetzt auch grad totale Probleme nicht zu kriegen. Wo ist Entenmann denn? Ich seh dich ganz genau aus. Tier mit S. Scheiß Klasse. Das wird doch gut. Nein, jetzt hör auf so zickzack zu laufen. Das ist feige. Ich hab die beste Position jetzt, damit reiß ich's. Oh oh. Hör mal! Ja, du wirst hier ja auf den Maul bekommen. Auf dem Maul, Alter. Eurem Maul. Das war halt aber grade irgendwie ein bisschen dumm, oder? Beste Position nämlich. Das war's. Das war's gemacht. Ich hab's einfach mal. Ich hab's einfach mal rausgeflogen. Ich mach's mal den Eltenmann. Du weißt schon, dass man Glöcke nehmen kann und woanders hinstellen kann. Dafür hab ich keine Zeit. Ich muss drücken. Ich muss drücken. Au. Hast wohl wieder gecheatet, Marc. Ja. Katze. Bleib stehen! Nein! Nein! Laudings! Krieg's sie! Ja! Die Muske kriege ich doch. Ohohohohohohohoho52íoíoíska. �worth erzählen. Is das für Wörter hier? és gerade alles genannt. Ja! Unn- unnöglich! Nicht Ernte nehmen. Ja, scheiße. Weg mit dem Laudings, weg! Laudings ist für mich Abfall. Oder den Metti mal schnackt. Ach da. Nee, das ist gefährlich. Das ist raffiniert. Das ist raffiniert. Der Metti staubt mir einfach ab. Der staubt nicht ab, der macht das richtig. So. Wir nehmen die Kindes. Geh ja nicht um Kills, geh ja nur ums Überleben. Laudings, hinter krieg ich dich nicht, hau ab! Laudings. Oh nein, ich bin wieder in Netto gefangen. Old Habits. Trapped in the Netto. Das wusste ich jetzt nicht. Scheiße. Laudings, bist du zu blöd? Ja, aber hier hinten ist so eine Tür, die nicht aufgeht. Katz hat einfach nicht gerafft. Eigentlich ist ja kein Spawnpunkt beim Netto. Ist ja auch kein Spawnpunkt, ich bin reingelaufen. Du bist so blöd. Bist du dumm. Immer unter Einkauf. Laudings, wie du hier schleißt und nicht dein Nameplate nicht sehe, das ist so voll feige. Wo ist der Entenmann eigentlich? Komm weg, King of the Castle. Hier im Brunnen steckt der. Ach, schon wieder? Lass mich! No, what? Laudings, verschwindelt. Verschwindelt du. Nein, du. Laudings, ein guter Ruf. Der ist früher, lass ich mir, nein! Hör zu, nicht, schmeckt. Stopp. Okay, wer machte gerade nur lauter Dinge? Mach niemand, okay. Die kann doch tot. Ich seh dich grad gar nicht. Hä? Was passiert hier? Hä? Jetzt, jetzt haben wir es irgendwie da und ich komm auch gar nicht mehr drauf. Das irgendwie war hier gerade ein Block-Lessick und jetzt ist er nicht mehr Lessick. Und jemand ist da. Werde nach dieser Runde das alles nochmal neu stören. Ja, wir sind die Einzigen hier, aber töte mich ruhig, vielleicht kommt niemand mehr zurück. Oh, der Laudings ist so ein Assi. Ein guter Ruf. Der Mati hat mich abgelenkt, es zählt nicht. Laudings ist The Champion. Ja! Ja! Ich bin der Bestpuff Champion, weil er das letzte überlebt hat, weil er das auf Allge war. Weil er nie irgendwo mitgemacht hat, weil er immer weggerannt ist. Ja, ich bin immer weggerannt. Da ist immer bloß nicht bestehende Kämpfe eingestiegen und dann draufgekloppt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Server-Neustart und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! Willkommen zurück zur Super-Massen-Batsche am Ralexanderplatz. Jetzt sind wir alle schwerer Meister. Und da ist Onky Dogs. Moin! Legen, Onky. Onky Dogs ist gar nicht da, ja? Onky Dogs neckt wie Sau, ja? Ja. Ja. Onky Dogs ist jetzt tot, ja? Ja. Meme. Soft. Feth! Bam, bam, bam. So, wir kämpfen jetzt um den Krieger des Feth. Den Sahnekrieger. Dankeschön. So, Onky Dogs! Anke Dün. Und abgreifen, abgreifen, abgreifen. Laudings, du Pinner. Du Sackgesicht, wieso stirbst du nicht? Da ist man schon wieder, das gibt's doch nicht. Das ist nicht fancy, wer klickt denn da so laut? Ich, 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 ich. Aber du, ich stehst direkt vor mir und ich treffe dich nicht. Jetzt, beschwer dich halt. Ja, mach ich doch schon. Wer haut denn da, die Katze wieder? Du kriegst auf die Fresse hier. So. Was ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich scheiße. Darin aus, dass... Normalerweise sind die acht Sporns verteilt, die alle zufällig angepeilt werden. Aber doch... Verdammt, ich bin eine Lampe hängen geblieben. Hängen geblieben. Da bist du. Laudings, das ist es. Ich bin schon wieder hier, was soll der Scheiße sein? Ich bin die Bächle. Onkydorks, hau ab! Katze! Das ist so doof. Ich glaube, nächste Runde machen wir alle Rangers. Das ist viel besser. Weil so hauen wir uns ja nur aufs Auge. Der ist doch beste. Beste Modus. Dann macht der Mette eher, lupte, Leute. Das ist ja doof. Wo ist Mullybär? Fipsi McDorm. Er schreit gerade. Ja, ich schreie hier auch gleich. Trot! Ich bring dich um! Ach ja. Wird das schön hier. Nein, der Bimmelmann hat hier ja gar keine Augen. Ja. Das ist voll scheiße. Wo seid ihr? Da gibt's... Ach, ja, genau. Das war ziemlich zielstrebig jetzt von dir gewesen, ne? Kommst du vorbei. Und dann hau's mir was drauf. Ich weiß es doch. Oh, laudings, du bist voll die Maschine, wieso stimmst du nie? Eine, hau den um! Die Weckern. Der Beste. Hau den um! Der hat drei Millionen Lebenspunkte, glaube ich. Wenn ihn doch mehr. Und, boll, was ist das denn? Kann man hier eigentlich operieren in dem Spiel? Was passiert dann? Nein. Du kannst nur laggen. Ich parier gerade. Das ist ja schon irgendwie. Ja, langsamer.